... und dann müsste das mit dem Strom auch in den Luft. So, ein Stückchen weiter hoch noch ein Gebäude. Nicht da links, sondern da oben. Und dann müsste das mit dem Strom auch in den Luft. Ein kurzes Stück dringend nebenbei. Das sind eigentlich Parks, die man einfach so reinbauen kann, oder? Brauchen die alle Strom? Und Wasser brauchen sie. Ja, brauchen einen Zugang. Was für komischer Park, der einen Zugang braucht. Da, wir kommen einen kleinen Wald. So. Eigentlich müsste der Strom doch jetzt langsam rüber. Ne, geht nicht scheiße. Okay. Aber jetzt, oder? So. Jetzt müsste es mal Strom geben für alle. Ab, ah! Abwasserstau? Wieso Abwasserstau? So. 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 Natürlich. So. Zi, boah. Oh mein Gott, bin ich blind. Saat. Komm, wir sollen gleich raus段. Geschick, aber das macht zwei Handel. aber so sollte man mitdenken bei der Arbeit. Man muss es ja auch als Abwasssystem anschließen. So. Ich verlange ein bisschen Industrie. Ah, puh, wozu eigentlich? Die sehen noch eh gleich mit der alle aus. So scheiße, dass das schief ist, das passt nicht. Was ist das gerade? So einigermaßen, ne? Ne, ist es nicht. Ach, lägg mich doch am Arsch. Was ist das gerade? Ja, so irgendwie halbwegs gerade ist es schon. Denke ich. So, Industriegebiet auch, haben sie ein bisschen was bekommen, vielleicht ist das weiter. Wir müssen noch 6.000 gewinnen, ja gut, das sind wir ja schon gewohnt. Hm. Hm. Halt jetzt hier einfach ein Parking-Down, das müsste die Pino. Okay. müssten wir trotzdem genug strom haben hoffe ich doch mal so zumindest mal die bedürfnisse gesteht ob das was finanziell ausmacht finanzielle einwohner technisch macht für das volk wo fehlt strom so funktionierende strom jetzt wird er mich jetzt verkacken möchte irgendwo verbindungen vergessen jetzt oder was so die haben da natürlich jetzt müll das sollten wir vielleicht noch einbauen schau mal wird wahrscheinlich auch nichts wie das ausschaut das hier ist leer dann kann das hier wieder weiter arbeiten das ist gut wie viel hat das hier noch 48 prozent 43 prozent und ganz oben war noch einer also das mit dem auszug also das sind immer nur so kurze schübe dann schafft das und danach ziehen sie weiter aus und ich weiß immer nicht warum 23 prozent okay das ist doch wahrscheinlich das nächste irgendwas habe ich gebaut was den absolut nicht passt deswegen ziehen die aus und ich weiß immer nicht was das ist scheiße haustierverbot schau mal was jetzt noch passiert hier ich glaube ich gucke mir später echt mal die mods an vielleicht gibt es da einen der mir helfen kann auch glathe schau mal schau mal schau mal schau mal auch schau mal schau mal schau mal Den Leuten passt irgendwas nicht und ich weiß es nicht, das ist scheiße. Welches Gebäude ist, ach da ist auch noch mal eine Mülltepplubi, na, muss ich meine Ahnung, hab mich ganz vergessen. Ähm. So, wir warten jetzt hier die Mülltepplubi, da, da ist der Friedhof, ah, so, kann der weiter leeren, äh weiter, sind wir hier, ähm, ach da kann es natürlich auch liegen. Ah, ich hab den Friedhof geleert, das hab ich ganz vergessen und jetzt steigen auch die Leute wieder, guck mal, plus 40, plus 75, das lag am Friedhof, ich fasse es nicht. Oder auch doch nicht, plus 16, doch, ich muss mehr Friedhöfe bauen. Plus 123, es lag am Friedhof, ah, das ist doch... Friedhof neben der Mülltepplubi, passt doch, oder? So, zwei Friedhöfe gebaut. Ne, doch nicht am Friedhof, das ist auch das kurzmodellisivation, scheiße. Das könnten wir hier oben eigentlich auch noch hinbauen. Okay, lag doch nicht am Friedhof, scheiße. Hätte er klappen können. Wenn ich irgendwas mache, dann ist es, ich hab doch hier, direkter Newell-Möding. Das wollen wir jetzt verkacken, oder was? Hm. 19% was könnte jetzt noch fehlen was brauchen die noch in der zeit ist niedrig feuer sicherheit ist hier teilweise gar nicht gegeben hier war es bei 23% so verschmutzung nein was ist jetzt hier die gesundheit es müsste passen also vielleicht ist es ein bisschen zweiter zweites mal wieder mal ein kurzes plus was immer so kurz mit überzunehmen die am nächsten moment wieder wechseln wie immer und zumindest geht ab und zu wieder ins plus bereich das ist schon mal was wenn auch immer nur kurz kurz motivation um um so weit so und bisschen und vielleicht sind die jetzt wieder ein bisschen aber eigentlich wenn das schon mal fast 65.000 an müsste er gehen platz sein eigentlich also so ist das schweinelobische verständnis dafür gibt es da irgendwo genauere informationen um die bevölkerung ich habe 7 prozent kinder 16 prozent jugendliche 25 prozent junge erwachsene erwachsene 31 prozent ich habe wieder mehr geburten als tote das ist ja wenigstens etwas aber trotz alledem trotz alledem und 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 bewirkt es noch nicht das was ich möchte sie verlangen noch ein bisschen gewerbeeinheiten bauen wir doch mal hier noch eine schiene rein so 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 gewerbeeinheiten doch ja schon richtig hat Dienstleistungen so 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 ich habe mich auf 58 5 hochgekämpft das ist doch schick freut mich zur wechselung mal wieder auch wenn so eine kurz motivation war ich bin schon wieder auf dem absteigenden ast ne nicht unbedingt das gleich passt noch einigermaßen das gebäude ist abgebrannt ja gut dann können wir uns mal da drum kurz bist du jetzt so da drüben sind noch gebäude zu zerstören irgendwo so hier natürlich wieder die meisten wie immer so ich bin wieder auf minus war ja klar und ich bin wir unten auf unter 58 5 questions der Das ist business.